Gemischtes mariniertes Gemüse Menge 4 Portionen 300 Gramm Champignons 2 Esslöffel Mehl 200 Gramm Schalotten 300 Gramm Cocktailtomaten Eine Stange Porree-Lauch 125 Milliliter Olivenöl 250 Milliliter Weißwein 4 Esslöffel Zitronensaft 1 Teelöffel frische Rosmarinnadeln 1 Teelöffel gestrichen Salz 3 Knoblauchzehen Die Champignons putzen Sie Pilze sind sehr heikel mit Wasser, Sie saugen es auf und dann haben Sie nur Wassergeschmack, deshalb sollte Sie die Pilze auch nie ins Wasser legen. Stattdessen lösen Sie bitte 2 Esslöffel Mehl in einer Schüssel Wasser auflösen und waschen die Pilze darin etwa 1 bis 2 Minuten darin. Das Mehl wirkt wie Schmirgelpapier und die Pilze nehmen so kaum Wasser auf. Dann ziehen Sie die Schalotten ab, spülen die Tomaten ab und schneiden die Stielansätze heraus. Den Porree putzen Sie, halbieren die Stängel längs, waschen Sie gründlich, in den Porree-Stängeln ist immer etwas Erde und schneiden den Porree in breite Streifen. Nun geben Sie das Olivenöl, den Weißwein, etwas Zitronensaft, die Rosmarinnadeln, eine Prise Pfeffer und eine Prise Salz in einen Topf. Den Knoblauch ziehen Sie ab und schneiden ihn mit einem großen Küchenmesser sehr klein. Dann geben Sie den Knoblauch in den Topf und bringen die Zutasten zum Kochen. Die Schalotten blanchieren Sie darin etwa 7 bis 8 Minuten und nehmen Sie dann mit einer Schaumkelle heraus. Die Cocktailtomaten und die Champignons geben Sie in den Topf, lassen alles kurz aufwallen und nehmen Sie dann wieder mit einer Schaumkelle heraus. Die Porree-Streifen fügen Sie hinzu, lassen Sie etwa 2 bis 3 Minuten garen und nehmen Sie dann auch mit der Schaumkelle wieder heraus. Das blanchierte Gemüse geben Sie nun in eine Schale, übergießen es mit warmen Würzsud und lassen es zugedeckt mindestens 60 Minuten ziehen. Zum Schluss wird das Gemüse auf 4 Teller verteilt und mit dem Sud vor dem Servieren begossen. Guten Appetit Zubereitungszeit etwa 40 Minuten mit Marinierzeit Pro Portion Eiweiß 5 Gramm Fett 32 Gramm Kohlenhydrate 15 Gramm Kilojoule 1733 KCAL 414 Viel Spaß beim Kochen!